Systemische Resilienz ist die Fähigkeit von komplexen Systemen, also das können Unternehmen sein, andere Organisationen oder komplexe sozotechnische Systeme, sich von Krisen zu erholen, aber auch anzupassen und nachhaltig dann sich weiterzuentwickeln, um langfristig zu überleben. Resilienzkonzepte können uns dabei helfen, besser zu verstehen, wie sich diese Systeme unter Stress verändern, wie sie auf Schocks reagieren und vor allem wie wir sie widerstandsfähiger und anpassungsfähiger machen können. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020